Brotaufstrich und Süßungsmittel ist das sogenannte Kraut. Es wird aus dem reinen Fruchtsaft von Obst- oder Zuckerrüben hergestellt. Auf dem Marquishof im belgischen Ombour, nahe der deutsch-belgischen Grenze Richtung Aachen gelegen, stand bis 1980 eine der letzten Krautpressen im landwirtschaftlichen Nebenerwerb. Hier verfolgen wir die Herstellung von Obstkraut aus Äpfeln, Birnen und Zwetscheln. Charakteristisch für die ostbelgische Landschaft sind die großen Obstwiesen. Sie bieten die Grundlage für das ländliche Krautkochen. Der Besitzer des Marquishofes, auf dem bereits in der dritten Generation Kraut gekocht wird, ist gerade dabei, mit seiner Frau das reife Obst zu ernten. Damit die Früchte, die ungewaschen verarbeitet werden, weitgehend sauber bleiben, breitet man unter den Obstbäumen über Dreck- und Kuhfladen mehrere Leinensäcke und eine große Zeltplane aus. Das Obst wird mit einer vier bis fünf Meter langen Holzstange, an der vorne ein Eisenhaken befestigt ist, von den Bäumen geschüttelt. Mit dem Haken kann man die Äste packen und bewegen. Die Ernte ist eine arbeitsintensive Zeit in der Landwirtschaft. Auf dem Nachbarfeld zum Beispiel wird gerade Mais geerntet. Das durch das Schütteln herabgefallene Obst wird aufgehoben und in Körben gesammelt. Die sogenannten Wallonischen Zwetschenkörbe sind rund 35 Zentimeter hoch und haben ein Volumen von etwa 30 Litern. Im Marquishof verarbeitet man beim Krautkochen zwei Drittel Birnen und ein Drittel Äpfel sowie Pflaumen. Der Zusatz von Pflaumen ist eine Spezialität des Krautkochers und dient der geschmacklichen Verfeinerung. Die Mischung kann sich zwar je nach Ernte etwas ändern, doch sind zwei Drittel Birnen die Regel. Die Herstellung von Kraut erfolgte im 19. Jahrhundert bis in unsere Zeit hinein, zumeist in landwirtschaftlich-handwerklichen Nebenbetrieben. Somit konnte man den Eigenbedarf decken und die Überproduktion verkaufen. War es anfänglich noch eine einfache Technik mit Balkenpressen und manueller Arbeit, so automatisierten die bäuerlichen Krautpresser im Laufe der Zeit ihre Herstellungsverfahren. Dies geschah besonders unter dem Druck der Konkurrenz von Krautfabriken. Viele dieser Krautfabriken hatten sich in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts aus bereits bestehenden Krautpressen entwickelt. Zentren der Herstellung waren das Bergische Land, der Linke Niederrhein und Ost-Belgien. Die Mischung von Krautfabriken Das geerntete Obst wird zum Hof gefahren und kann dort verarbeitet werden. Zum Hof gehört ein separates Wirtschaftsgebäude, in dem sich die Krautkochanlage befindet. Das Obst wird nun abgeladen und in die Scheuer getragen. Im rechten Teil ist der Ofen installiert, auf dem bereits der Kessel mit leicht eingekochtem Obst steht. Das Obst wird ungewaschen in den großen Kessel gegeben. Eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen eines guten Krautes ist, dass die Früchte zwar weich werden, aber nicht zu Muß verkochen. Der runde Kochkessel ist aus Messing und hat zwei Henkel. Er hat einen Durchmesser von 1,20 Meter bei einer Höhe von fast 80 Zentimetern. Der Kupferboden ist zum Mitte hin leicht vertieft. Kupfer wird verwendet, weil es die Wärme gut leitet und korrosionsbeständig ist. Der Kessel fasst zwölf Zentner Obst oder fasst einen Kubikmeter. Ist der Kessel bis zum oberen Rand gefüllt, wird das Obst mit mehreren Leinensäcken abgedeckt. Dadurch staut sich die Hitze im Kessel. Dies erleichtert das Weichkochen der Früchte. Immer wieder muss Holz nachgelegt werden. Für den gesamten Kochvorgang benötigt man 1,5 bis 2 Kubikmeter Holz. In diesem Fall wird Abfallholz verwendet. Der Vorgang des Weichkochens dauert je nach Obstmenge und Befeuerung etwa 5 bis 6 Stunden. Immer wieder überprüft der Krautkocher den Kesselinhalt. Bei Beginn des Kochvorgangs sind 70 Liter Wasser über das Obst geschüttet worden, um ein besseres Weichkochen zu ermöglichen. Bei Bedarf wird auch noch etwas Obstsaft zugefügt. Hierzu verwendet er denjenigen Obstsaft, der beim vorherigen Pressen übrig geblieben ist. Ist das Obst weich gekocht, bleibt es bis zum nächsten Morgen bei kleinem Feuer im Kessel. Da sich heißes Fruchtmark besser auspressen lässt. Über dem Ofen befindet sich eine Dachluke, durch die der Dampf entweicht. Am nächsten Morgen wird das weichgekochte Obst zusammen mit dem bereits ausgetretenen Fruchtsaft in die Presse umgefüllt. Die Planen, die zum Abdecken des Obstes gedient haben, werden nun abgenommen und zum Abtropfen über eine Stange gehängt. Die alte Holzpresse aus dem Jahre 1894 besteht aus einem Bottich, der eigentlichen Pressvorrichtung und einer Auffangwanne mit Abfluss. Nach jeweils zwei Eimern Obstmasse wird eine Plane in den Bottich gelegt. Sie dient dazu, den ausgepressten Obstsaft zu filtern und dem ganzen Pressvorgang mehr Stabilität zu verleihen. Das ist hier ein wenig Witz der Alonso. Achtung der Alonso und das Alonso und der Alonso werden von der Alonso und der Alonso flыт beefsteht. In dem unter dem Auslauf stehenden Saftkessel, der 80 Liter fasst, sammelt sich inzwischen der reine Obstsaft. Dieser wird immer wieder in ein großes Fass umgeschüttet, um den Saftkessel freizuhalten. Das weichgekochte Obst ist nun stark zusammengefallen. Die heiße Masse wird möglichst gleichmäßig im Pressbottich verteilt und mit Leinensäcken abgedeckt. Um die Neige im Kochkessel besser umschütten zu können, wird der Kessel mit einem Kran vom Ofen gehoben. Dieser Kran ist fest an der Wand der Scheuer installiert. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich habe die Neige. Das war's. Das war's. Mit einigen Schöpfkellen Saft werden die Reste der Obstmasse von Boden und Wand gelöst. Gereinigt wird der Kessel mit Wasser und einer Bürste. Er muss sehr gründlich gesäubert werden, damit während des Einkochens keine Obstrückstände ins Kraut gelangen. Dadurch werden Verunreinigungen vermieden und die Gefahr des Anbrennens wird geringer. Der Obstsaft wird nun in den Kochkessel zurückgeschüttet. Das rechteckige Sieb besteht aus Kupfer. Das Seittuch, das in das Kupfersieb gelegt wird, ist ein grobmaschiges Küchenhandtuch. Es hält die Schwebstoffe aus dem Saft zurück und muss während des Filterns mehrmals in einem Eimer mit kaltem Wasser ausgespült werden. Schöpfchen 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 Der Ofen auf dem das Kraut gekocht wird, ist in den Boden der Scheuer eingebaut. Das Feuerrund hat einen Durchmesser von 1,20 Meter. Zur Feuerungstür führt eine mehrstufige, gemauerte Treppe abwärts. Zum Feuern verwendet man Abfallholz. Als Anstochholz dient Weißdorn, Buche und Haselnuss, die beim Fegen, das heißt beim Ausputzen der Hecken übrig geblieben sind. Früher stochte man mit Eisenbahnbriketts. Wegen des höheren Heizwertes der Briketts benötigte man nur die Hälfte der Kochzeit. Heute allerdings ist dieses Heizmaterial zu teuer und macht den Verbrauch für den Nebenerwerbsbetrieb unrentabel. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Kochkessel wird mit Hilfe des Krans wieder auf den Ofen gehoben. Die Fuge zwischen Kesselboden und Feuerrund dichtet der Krautkocher mit Sand ab. Wichtig ist dieses Abdichten für den richtigen Zug im Ofen. Hat sich die Obstmasse im Bottich etwas gesetzt, werden oben zunächst drei Presshölzer aufgelegt. Die mindestens 3 bis 4 Zentimeter dicken Hölzer sind so geschnitten, dass sie den Bottichdurchmesser von 80 Zentimetern vollständig ausfüllen. Durch den Druck, der vom Eigengewicht der Presshölzer erzeugt wird, tritt wieder verstärkt Obstsaft aus. Auf die Presshölzer werden nun möglichst gleichmäßig weitere Kantholzstücke gelegt. Ist durch das Auflegen der Hölzer die erforderliche Höhe erreicht, kann die Spindel heruntergeschraubt werden. Das Pressen dauert etwa 2 bis 3 Stunden, wobei jede Viertelstunde nachgepresst wird. 500 Kilogramm Obst ergeben auf diese Weise 300 Liter Saft. Ed Linz St alltihagen Schraubchen Jäuzer Verkauf Schraubchen Böccheng Um ein gleichmäßiges Feuer zu gewährleisten, muss immer wieder Holz nachgelegt werden. Das Einkochen des Saftes zu Kraut dauert etwa sieben bis acht Stunden. In dieser Zeit dicken 300 Liter Saft zu 60 bis 70 Kilogramm Kraut ein. Das bedeutet, dass 100 Kilogramm Obst durchschnittlich 12 bis 14 Kilogramm Kraut ergeben. Immer wieder wird die Spindel weiter heruntergeschraubt. Je länger gepresst wird, umso weniger Saft tritt aus und umso schwerer geht das Pressen. Deshalb verwendet der Krautkocher eine längere Stange als Hebel. Der leicht kochende Obstsaft muss hin und wieder umgerührt werden, damit er nicht anbrennt. Die letzte Stunde des Kochens wird dauernd gerührt. Nach etwa drei Stunden wird die Presse wieder gelöst. Nach dem Hochschrauben der Spindel nimmt der Krautkocher die einzelnen Presshölzer aus dem Bottich. Nach dem Hochschrauben der Spindel nimmt der Krautkocher die einzelnen Presshölzer aus dem Bottich. Nachdem der Krautkocher die einzelnen Presshölzer aus dem Bottich. Der Bottich, der lose auf der mit Zinkblech ausgeschlagenen Auffangwanne steht, wird gelöst und nach hinten auf die Wanne abgekippt. Prüfer wird gelöst. Die Leinensäcke Dann befinden sich die Pressrückstände. Diese Rückstände nennt man Ketscher. Sie werden an die Rinder verfüttert. Die Leinensäcke Und vor allem billiges Süßungsmittel geschätzt. Eine Differenzierung ergab sich im Laufe der Jahrzehnte durch die Herstellung von teurerem Obstkraut. In vielen Familien gab es wochentags Rübenkraut und sonntags Obstkraut. In den Nachkriegszeiten des 20. Jahrhunderts war Kraut ein begehrtes Tausch- und Handelsobjekt. Das war die Leinensäcke. Die Leinensäcke are然後 Sturz 200ml. Der Leinensäcke Der Leinensäcke Als AL-SCHMENIK Dannワr breeds Abenteuer Musik In der Zwischenzeit kocht der Obstsaft immer weiter ein. Nicht nur die 70 Liter Wasser müssen verdampfen, sondern auch der im Saft enthaltene Flüssigkeitsanteil. Musik Der Krautkocher verkauft sein fertiges Produkt auf dem Hof. Er beliefert also keinen Zwischenhändler. Das Kraut bietet er in Blechdosen an, in die die gewünschte Menge eingefüllt wird. Nach rund acht Stunden findet die Gelierprobe statt. Der Krautkocher füllt etwas von dem Kraut in das Probierschälchen und stellt es zum Abkühlen in einen Eimer mit kaltem Wasser. Nach einigen Minuten prüft er die Konsistenz des Krauts. Das Erkennen der richtigen Konsistenz erfordert viel Erfahrung. Kühlt das Kraut zu stark ab, wird es fest. Daher muss auch das Umfüllen in die Baren zügig erfolgen. Hat der Krautkocher die richtige Konsistenz festgestellt, kann das Kraut abgefüllt werden. Dazu verwendet er rarener und langer wehrer Baren. Diese Vorratsgefäße aus salzglasiertem Steinzeug sind von rostbrauner Farbe und fassen etwa 35 Liter, also 70 Pfund Kraut. Damit die Baren beim Einfüllen des heißen Krautes nicht platzen, werden sie zunächst an dem noch erhitzten Ofen vorgewärmt. Nachdem der Kessel per Kran vom Feuer abgenommen worden ist, bleibt er zunächst 15 Minuten auf dem Boden stehen. Dann hat sich der Dampf verzogen und das Kraut wird umgefüllt. Der Krautkocher schöpft das Kraut mit einem Stieltopf aus dem Kochkessel in eine Bahre. Damit von dem Produkt nichts verloren geht, legt er über den Kesselrand einen Tropfschutzwinkel aus Messing. Das Krautkochen, wie wir es auf dem Marquishof gesehen haben, ist eine harte Arbeit. Das Umschütten der Obstmasse in die Presse, das Pressen selbst und auch das Abfüllen kosten viel Zeit und Kraft. Insgesamt zwei Tage dauert die Arbeit, die der Krautkocher alleine verrichtet. Deshalb war das Krautkochen, besonders im landwirtschaftlichen Nebenerwerb, zumeist reine Männerarbeit. Der Rührlöffel besteht aus einem Holzstock, der die Form eines Teigschabers hat. Hiermit wird das langsam erkaltende Kraut von Boden und Wänden des Kochkessels abgeschabt. Herr Reisbrief, das ist ein Holzstockkiss, der offensive München von Boden und Wänden des Kochkiss. Das hier hergestellte Obstkraut ist ohne Zuckerzusatz eingekocht worden. Dagegen darf das heute erhältliche rheinische Apfelkraut bis zu 25 Prozent Zucker enthalten. Kraut, sei es nun Rüben oder Obstkraut, erfreut sich neuerdings wieder großer Beliebtheit, nachdem es nach dem Zweiten Weltkrieg fast völlig in Vergessenheit geraten war. Untertitelung des ZDF, 2020